Es eilte durch den Keller und in das schwache gelbe Licht des Kesselraums. Es schlotterte vor Angst. Es war so nah daran gewesen, so nah daran, den Jungen zu bekommen, den Jungen und seine bemerkenswerten Fähigkeiten. Es durfte jetzt nicht verlieren, das durfte nicht geschehen. Es würde den Druck ablassen und dann den Jungen hart bestrafen. Das darf nicht geschehen, rief es. Oh nein, das darf nicht geschehen. Es stolperte durch den Keller zum Kessel, der bis zur halben Höhe dunkelrot glühte. Er schnaufte und rasselte und stieß in alle Richtungen Dampf aus. Die Nadel des Druckmessers hatte das Ende der Skala erreicht. Nein, das werden wir nicht zulassen, rief der Manager. Es legte seine Jack-Torrens-Hände an das Ventil, ohne auf den aufsteigenden Brandgeruch zu achten oder darauf, dass seine Hände verschmorten, als das glühend heiße Rad in sein Fleisch einsank, wie in eine Schlammfurche. Das Rad gab nach und mit einem Triumphgeschrei drehte das Ding es weiter auf, brüllend schoss der Dampf aus dem Kessel, wie ein Dutzend zischende Drachen. Aber bevor der Dampf die Drucknadel völlig einnebelte, war die Nadel schon deutlich zurückgegangen. »Ich habe gewonnen!« schrie es. Es vollführte im aufsteigenden, heißen Nebel obszöne Sprünge und wedelte mit der sporenden Hand. »Nicht zu spät!« »Ich habe gewonnen!« »Nicht zu spät!« »Nicht zu spät!« »Nicht zu spät!« Die Worte wurden zu einem Triumphgeschrei und der Schrei ging in einem donnernden Getöse unter, als der Kessel des Overlook explodierte. Halloween stürzte durch die Doppeltüren und trug die beiden durch den in der großen Schneewehe freigeschaufelten Gang. Er sah die Heckentiere deutlich, deutlicher als vorher und jetzt sah er seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt, denn sie standen tatsächlich zwischen der Eingangshalle und dem Schneemobil. In diesem Augenblick explodierte das Hotel. Es schien, als sei alles auf einmal geschehen, obwohl er später wusste, dass das nicht der Fall gewesen sein konnte. Es gab eine dumpfe Explosion, ein Geräusch, das nur aus einem einzigen, alles durchdringenden Ton bestand. Und dann spürten sie einen warmen Hauch im Rücken, der sie ganz sanft zu schieben schien. Und dieser Hauch schleuderte sie aus dem Ausgang ins Freie. Und ein wirrer Gedanke schoss Halloween durch den Kopf, als sie durch die Luft flogen.